Was ist da bloß drin? Was ist da bloß drin? Was geht ab und herzlich willkommen back auf meinem YouTube-Channel. Und heute gibt es ein neues Airsoft-Gameplay zu sehen und quasi das erste Sniper-Gameplay. Wir waren nämlich wieder auf der Area 49 unterwegs und dort habe ich mit der SSX-303 gezockt. Das ist die DMA von Norwich. Dort habe ich auch zum ersten Mal eine Scope-Cam ausprobiert, womit ich auf jeden Fall Treffer noch viel besser einfangen konnte. Was auf jeden Fall mega nice rüberkommt. Aber ich sage mal, schaut es euch einfach selber an. Ich würde sagen, let's fucking go. Zwei gehen in den Wald, die gehen da, die gehen hier. Dann lasst doch uns, also wir, wenn ihr möchtet, wir nehmen den, den und dann gehen wir so weiter und die gehen so weiter. Ja gut, dann gehen wir hier rein. Am Ende können wir uns natürlich hier treffen, die gehen hier rein und wir gehen auch rein, versuchen den und die machen den hier. Ja, dann machen wir so. Oder wir können auch so von da aus, da aus und dann gehen weiter und dann rüber. Das am Ende, das der ist zum Beispiel. Also, wer geht oben? Ich und den, wir gehen nach oben rechts. Du gehst oben und wer geht nach oben? Ich geh auch rum. Wir beide gehen unten und wir beide gehen in den Wald. Das heißt, wo? Nee, wir beide gehen in den Wald. Nee, wir beide gehen in den Wald und wir gehen rechts, andere Seite. Alter, ja. Ich komm nicht gleich. Keine Ahnung. Lauf mal, komm. Ja, ehrlich. Also, zwei Autos. So, ich gucke die. So, ich gucke die. Oh, jetzt schön. Schön gemacht. So, ich gucke die. So, ich gucke die. so habe ich ihn hit 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 sehr gut so 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 schießt er aus der tür und fenster aber er ist auch gut durchgerenkt sehr gut der ist da im fenster da kommt der ist hinter der kissen ab ihn ja unser teammate ist da dran der am fenster ist zu krass ausstellung ich krieg den auch nicht raus auch wenn ich ich lenk ihn mal ab ich versuch den Punkt ok 3 2 1 hit nice genau unter die Achsenhülle sorry schon bin jetzt Untertitelung des ZDF, 2020 HIT! 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 Das war doch ein bisschen tiefer als gedacht. 1,50 Meter! HIT! Hef! HIT! Das war's für heute. Das war's für heute. Die sind alle in die Häuser gegangen. Die sind alle in die Häuser gegangen. Die sind im L-Trakt. Versucht durch die Tür zu kommen. Nein, ich hab kein Gas mehr. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Guck du die Seite da. Ja, ja, ja. Hab ihn. Komm, jetzt weiter vor, jetzt weiter vor. Wir sind doch nicht mit denen. Wir gehen von hinten rein. Alter, was ist das denn für eine Nummer, ey? Surprise, motherfucker. Übrigens, hit. Ja, glaube ich. Die Flagge. Gib mir Deckung vor dem Spahn. Ja, raus. Ja, raus. Komm. Komm. Dann rüber zu der anderen Flagge. Okay. Okay. Hey. Hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Oh, hey. Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Sollte Okay. ich hab mal was er angenommen Hütt! Die Szene die jetzt kommt ist einfach zu funny. Die Gegner haben uns so krass in der Rückrunde dominiert, dass sie uns immer zurück in den Spawn gedrängt haben und man musste richtig rauswaschen, sonst wurde man direkt wieder gehittet. Ich habe mir dann gedacht, ja scheiß drauf, wenn ich schon nicht über die Map rennen kann, wie ich es sonst mache, werde ich mich einfach in so einen Busch setzen und die ganze Zeit warten und vielleicht irgendwelche Gegner aus dem Hintern halt rausholen. Aber wie die Situation dann geendet ist, fand ich einfach zu nice. Also schaut einfach selbst. Die sollen jetzt nochmal so waschen. Ja, ich bleibe jetzt hier erstmal. Ja, ich bleibe jetzt hier. Das ist geil. Ohhhh Ich schau mir nicht. genau im richtigen moment wahrscheinlich hättest du mich auch noch erwischt ja 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 oh ja 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 Hey, und das ist ja sogar nur so ein Fleece-Ding, ne, also so ein Einfachs, ne? Ich sag mal, da hinten war es richtig geil, da war es schon ein Gemisch, ich hab nicht damit gerechnet, dass da hinter einem Gebüsch einer sitzt. So, und das war's mit dem Gameplay. Was haltet ihr von der SSX303? Schreibt's mir mal in die Kommentare. Und ein dickes Shoutout geht raus an meinen Bro, Airsoft Adler, der mir seine zweite Scopecam für den Spieltag ausgeliehen hat. Einfach nur, damit ich das Gameplay anschaulicher gestalten kann. Also schaut als Dankeschön auch mal bei seinem Kanal vorbei, Link ist in der Videobeschreibung. Demnächst kommt dann noch weiteres Airsoft Gameplay online, also wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal, turn up. Bis dahin, ich bin raus, macht nicht zu dolle, skr! Ich bin in meinem Double Cup, heute bin ich abgefuckt, ich bin dieser Riches Hitter, du bist nur ein krasser Spast. Deine Meinung juckt mich nicht, ich fick eine Pussy Bitch, ja für diesen Max Rollstitch, wenn's die Bitch den Unterricht dien in meinem...